Meine 1.8.8 Version heißt Moin Meister. Jetzt bin ich hier alleine auf dem Server, was soll die Scheiße? Wir kommen noch. Wenn du mich tötest. Dann? Dann warnt dich doch mal von diesem Scheißserver. Und ich höre auf und kommentieren. Und der und die auch. Okay. Ihr werdet es doch, ihr werdet, ich stößt euch einfach alles. Äh, was ist das Problem jetzt auf einmal? Ja, Thomas wollte mich töten. Ich habe ihm einen Hit mit einem Stock gegeben. Ich habe noch einen Hit mit einem Hit. Oh, Thomas. Was denn? Eisen. I don't know, what are you talking about. Oh, oh, oh. Was ist denn mit dir? Einfach vor Leib. Also, wir gehen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Hier ist eine Rino. Ich glaube, das war so. Zack, zack. Zack, oh mein Gott. Oh mein Gott, sie sind wütend. Okay, sie ist tot. Sie haben so rote Augen, wie bei einem Wolf. Oh, hier ist das Nest. Ich mache es kaputt. Oh. Ich brauche Honig. Oh, shit. Ich bin Bruno und ich bin der Kameroman. Ja, wie keins. Ich bin tot. Ich bin tot. Babyzombie. Und ich bin in einem Käfig mit ihm. Ich habe ihn getötet. Ich hätte mir nur gefallen. Der Babyzombie ist hinterhergerannt. Ich hätte auch einen Herzlinger. Ja, ich bin auch. Ich werde von allem verfolgen. Oh, hier ist ein Hund. Und ich habe zwei Knochen. Hey, Walfi. Oh, sheesh. All our best friends. Das ist jetzt mein Hund. Ich werde nur den haben für immer. Oh mein Gott, Creeper. Oh mein Gott. Sorry, Bruder. Irgendwie war es nicht so klug, alle Hühner zu töten. Aber egal. Das wird schon. Zack, zack. Schade. Junge, die droppen hier Eier. Das ist ja unglaublich. Junge, guckt euch das mal hier an. Das wird unsere Nahrungsquelle. Wir werden nie wieder Nahrungsprobleme haben. Verstehst du? Hier habe ich noch fünf Eier. Da. Da. Zwei Hühner aus fünf Eiern. Mach mir das nach, Mann. Oh, pass auf. Junge, was ist hier los? Nein. Was sollen wir jetzt machen? Wir können den da drin schlagen, ne? Nein, nein. Wenn du dich lebst, das macht doch so flächig hart. Wir warten, bis es einfach weg ist. Okay. Wir wollen nicht mehr hingehen. Unsere Chicken sind so tot, ne? Wir werden da dran vorbeilaufen. Wir haben uns vergessen. Hör mal, nirgends. Was ist mit den Creepern los, Mann? Die Übungen, Dominik. Du schaffst es zu tun, ja. American Sniper oder was? Oh. Oh, ich bin so gut. Monster. Ich habe meine Chiki, 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 Chiki. Hans, die kann irgendwas anderes haben. Schweine oder so. Ich gehe mal ein bisschen hier rein. Haram, Haram, Gott. Haram. Hier wird auf dem Säufer kein Schwein gegessen. Nein, nein. Das ist Haram, Digga. Kuh auch nicht. Kuh ist halt. Kartoffeln, fertig. Kartoffeln. Das war's, Digga. Kartoffeln. Was passiert, wenn ich hier das hier abbaue? Was passiert, wenn ich Slashkill an der Baustelle mache? Ich kann jetzt einfach hier das Nest fliegen lassen. Oh. Meine Eltern haben sich zu MVP von Money Boy kennengelernt. Und die Sonne geht unter. Was ein schöner Sonnenuntergang hier. Ja, weil ich auch noch ein Bett habe, oder? Ich kann nicht schlafen. Weißt du warum? Weil ich bin eine Woche wach. Eine Woche wach. Sticker. Der Typ weiß jetzt Sticker. 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 Sticker with the Blickey. Sticky. Nee, Sticker. Oh mein Gott, sorry, sorry. Sorry, Sticker. Da ist Sticker. Dann kommt Sticker und dann Blickey. Aber zuerst haben wir Sticker. Nee, nee. Sticker, du kriegst keinen rosa. Das steht dir gar nicht. Gelb ist halt so eine Low-Farbe. Guck ihn an, Digga. Ja, er ist Low. Oh. Das ist Sticker. Oh nein. Sticker, der Boss. Sticky. Rosa. Blickey. Blau. Und Blicke. Schwarz. Und hier noch alles. Schön übersichtlich haben. Das kann ein bisschen schwierig werden. Ja, mein Hund hat ihn auseinandergenommen. Dann ist der erste. Power 1 in Andre King 1 Boden. Krass. 5 in device. 3 in Bilder.